hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt sie heißt Wechsel zwischen Sonne und Mond und sie findet in Enkanomia statt und zwar während dem Weltauftrag die unterirdischen Prüfungen von Drachen und Schlangen hat aber mit dem Weltauftrag an sich eigentlich nichts zu tun ihr seht ja schon da steht ja einfach nur Wechsel einmal zwischen der hellen Nacht und der ewigen Nacht das erste mal wo man das macht ist allerdings während der Quest die unterirdischen Prüfungen von Drachen und Schlangen dazu habe ich auch ein Video zu der Weltauftrag Serie generell zu dem Weltauftrag im speziellen er da Hilfe brauchen sollte nicht weiter kommt und wie gesagt wenn es erstmal zwischen Nacht und Tag wechselt in Enkanomia dann bekommt ihr eben diese Errungenschaft ist also eigentlich relativ simpel und der Weltauftrag ist Teil der Weltauftrag Serie vom Abendrot zum Morgengrauen in Biakuya Koku und ja das war es eigentlich auch schon wenn ihr Hilfe braucht wie gesagt schreibt da schreibt einfach die Kommentare dann schicke ich die Komplettlösung zum Weltauftrag und ansonsten sage ich einfach danke euch immer rechtzeitig fürs Zuschauen schaut auf jeden Fall in die Playlist in der Videobeschreibung für viele weitere Guides und versteckte und nicht versteckte Errungenschaften bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact haut rein und ciao Ciao